Haussteuerung kann jetzt jeder. Ganz einfach mit Home Control von Devolo. Das ist Tom. Er wünscht sich mehr Sicherheit und Komfort für sein Zuhause. Nebenbei möchte er auch noch Energie sparen. Ganz schön viel auf einmal, oder? Nicht mit Home Control, dem Smart Home zum Selbermachen von Devolo. Und wie funktioniert das? Tom muss dafür kein Handwerker sein. Bei Home Control sucht sich Tom alle Bausteine wie bei einem Baukasten zusammen. So kann er sein Smart Home genau nach seinen Vorstellungen und Wünschen gestalten. Die Bausteine kann Tom jederzeit erweitern oder umbauen. Tom steckt einfach die handliche Devolo Home Control Zentrale in die Steckdose und verbindet sie mit seinem Router. Ganz ohne Kabel verlegen oder bohren. Anschließend installiert er Bausteine wie etwa das Raumthermostat. Damit muss seine Frau morgens im Bad nie wieder frieren. Dazu kommen zwei Rauchmelder. Im Wohnzimmer und im Schlafzimmer. Die sorgen gleich für mehr Sicherheit. Dann noch einen Bewegungsmelder im Flur, damit das Licht angeht, wenn Tom abends nach Hause kommt. Mit dem Tablet oder Computer richtet Tom nun sein Smart Home ein und kann es über mobile Geräte bequem steuern. Unglaublich, was man damit alles machen kann. Das Smart Home zum Selbermachen. Einfach Devolo.